Ja, aber wir haben da noch gar nicht morgen früh, bist du immer noch am Kauen, ist das fein. Oh, du hast schon mehr. Ist das super? Du hattest aber auch nur eins. Ja, dann kriegt er noch eins, ne? Die Steli kann auch noch mal eins haben. Oh, guck mal, das kriegt er. Boah, ist das groß. Das kriegt er aber nur du, weil du schon. Ja, der kriegt immer die größten Sachen. Hm, lecker Steli Mausi, ne? Da zockelst du wieder ab nach da hinten, ne? Ja, wo ist denn die Lucilou? Da. Ist die noch am Kauen? Nö. Dann kriegt die Lucilou auch noch eins, ne? Guck mal. Dann kriegt die Lucilou auch noch. Er hat die jetzt drei. Hä, die drei. Nee, echt? Der hat zwei. Nein, der hat nur ein riesengroßes, ne? Ja, bist du satt? Ja, dann kannst du das in Ruhe gleich essen, ne? Feiner Schnauzi, feiner Schnauzi. Hä? Ja. Was los, Lucilou? Du möchtest nicht, dann tun wir das erstmal wieder in die Packung rein. Dann kriegst du das später. Ui, die riechen aber ui, ui, ui. Der Kalli ist klein, der kriegt ein kleines Stückchen noch. Hier, Kalli, Mann. Guck mal, kleiner Kallipups. Und dann habt ihr auch genug gekämpft. Boah, ist Schnauzi-Bauzi. So ein großes Stück. Bist aber auch groß, der Kalli. Die Augen leuchten, leuchten ganz groß, ne? Aber am Häschchen ist so warm, ne? Ja. Nuh, Lucilou, ja, du wolltest ja nicht, ne? Gib nachher noch. Aber jetzt kommt das noch weiter abajo. Es fällt mir, es ist ein- und da, wenn du auch noch nicht.